Und dann müssen wir natürlich diese Kollegen hier auch wegbauen. Der wird mit Erde ersetzt hier. Ja, das geht hier weiter. Okay. So, so. Ja, ja, genau. Und damit hätten wir hier den Anschluss. Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht mit dem Anschluss von diesem Plattenweg hier. Ah, nee, da kann ja das denn hier weg. Das muss ja nur bis dahin. Okay, ja. Dann müssen wir da doch vielleicht nochmal eine Platte hinsetzen. Hm, also wir warten, bis die Male hier rausgeht. So. Dann, ich kann aber schon mal die hier wegmachen. So, und so. Ja, das sieht viel besser aus. Hier so am Rande hier vorbei. Genau. Aber wir müssen natürlich auch noch hier in die Mitte was reinziehen, aber eben nicht so. So, okay, gut. Dann, hier, das Stück hier noch. Der kann da gleich abknicken. Das heißt... Hm, ist das richtig so? Nee, der, da muss noch was hin. Genau, so sollte es passen. Ja, das sieht gut aus. So lassen wir das. Jetzt machen wir eben den Kies hier weg. Und bald wird man nichts mehr davon sehen, dass da mal ein Weg war. Weil auch alles wieder in Sachen Erde mit Gras überwachsen ist. Also in Sachen Erde ist, ja, ihr wisst schon, mit Gras überwachsen. So, 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 okay. Ja, sieht besser aus. Ah, nee, will ich denn da noch? Moment mal. Oh, da fehlt auch noch was. Ach ja, genau, wegen der, ähm, Schnecke. Was ist das jetzt hier? Nee, ich will da nicht draufhauen. Nur, dass du irgendeine Made oder sowas. Gut, der, ähm, der Kollege Künstler kriegt hier auch noch was hin. So. Okay, und damit, was machen wir denn als nächstes jetzt? Wir könnten, ähm, die Wege dort weiterführen. Also hier unten, kann ich das größer machen? Ja, kann ich noch ein bisschen. Ah ja, von der Brücke hier darüber zum, ja, genau, das will ich jetzt machen. Kann ich gleich direkt so hinlaufen, wie ich jetzt stehe. Ja, da kommen wir an dem Gewässer wieder vorbei. Ja, aber von der Brücke aus würde ich gerne irgendwie noch so einen Knick machen. Oder wir machen das so. Von dem Anschluss aus, wir fangen bei dem Anschluss hier an. Hier, genau. So, dass wir hier so zum Markt hinkommen. Und dann sehen wir, wie wir die Brücke anschließen. So, ich mache jetzt erstmal hier diese eine Spur. Die soll jetzt einfach mal hier so geradeaus durchführen. Ähm, ja, doch, da will die auch was hinführen. So, okay, ich lasse mal. Ich könnte mich aber auch erstmal um den Anschluss hier kümmern. Denn der Anschluss hier... Hm. Das müssen wir irgendwie so machen. So. Und von hier, ah, das kann man... Ja, 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 doch, von hier aus. Ja, doch, einfach so. So, so, so. So. Oder ist das so ein bisschen früh? Dass man von der Brücke aus erst nochmal ein Stückchen gerade gehen kann. Ach, nö, das ist schon okay so. Von der Brücke aus gleich nach links abbiegen. Ja, lass mal so. Und zur Not kann ich es immer noch ändern. So, machen wir erstmal die Erde wieder weg. Und dann würde ich sagen... Oh ja, Moment mal. So. Und dann würde ich sagen, es gehört Zeit für... Ähm... Einmal für den Test. Für die... Für die neue... Kerb... Ähm... Nee, Methode. So, da haben wir schon mal einen Weg. Ja, das ist ja schon der zweite Weg eigentlich. Zum Markt hin. So. Der andere Weg ist ja da vorne. Der führt... Wo führt der eigentlich hin? Da zu der... Der führt einfach nur da zu dieser Treppe hin. Ähm... Ja... Okay. Dann sollten wir vielleicht auch mal von hier aus... Einen Weg zum Markt machen. Die Frage ist nur, wo der dann lang führt. Da könnten wir den Anschluss hier dran machen. Ja, das machen wir so... Ah, aber... Hm... Ich weiß ja nicht, wie das geht. Da so lang... Ob wir da hinkommen... Ach, wir probieren es einfach aus. Ähm... Von hier aus, genau. Ähm... Machen wir doch erst noch mit dem Weg weiter. Ja, von hier. So, ja. Weg damit. Na, es fängt wieder an zu... Oder zu... Zu... Verzugangen. Ja. Aber das hier... Ist das richtig so? Ja. Nee, da vorne. Doch. Es muss nur hier weitergehen. Ja, genau. So. So, Schweinchen, jetzt musst du gleich mal hier ein bisschen Platz machen. Noch steht das in der Luft. Ja, jetzt aber nicht mehr. So, hier ist der Anschluss. Dann kann ich ja mal hier... Ähm... Von hier aus nach vorne buddeln. Und irgendwo treffe wir dann schon zusammen. So, jetzt muss der hier noch weg. Und der hier noch weg. Und damit sollte es eigentlich, äh... Das gewesen sein. Mit Ausbuddeln. Jetzt müssen wir natürlich nur noch Kies reinlegen. Und da rüber. Ja, okay. Das sieht also ganz gut aus. Es ist da natürlich so schnurgerade. Aber ja, klar. Das ist so. Das ist von dort aus gesehen ja auch ganz sinnvoll. Und hier können wir auch noch einen Anschluss machen. Ja, gut. Aber das machen wir ein andermal. So. Jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Ja. Wieder falsch gesetzt. Nein. Weg da. Ja, geht doch weg. Genau. So. Bevor da unten Gras wächst, schnell noch Kies drauflegen. So. Hätten wir auch das. Wie sieht das jetzt aus hier? Ja. Das ist doch gut. Und hier sieht man gar nichts mehr. Sehr schön. Jetzt würde ich aber gerne mal... ...mit dem zweiten Silo anfangen. Die Sache ist nur... Wo ist das erste? Oh ja, das kann ich ja herausfinden. Ah, habe ich... Moment mal. Ich habe das immer noch... Ich habe das immer noch nicht gemacht. Ja, vergessen. Ist ja nicht so schlimm. Also hier... Da ist das. Okay. Das heißt, ich muss mal in diese Richtung schauen. Das heißt... Also, wir machen eins... Ja, noch eins dahin. Und das andere machen wir dann irgendwie dahin, oder? Ich will das ein bisschen versetzt haben. Ich will es aber auch nicht allzu weit weg haben. Oder wir machen eins noch dahin und das andere dort drüben. Nee, das ist schon okay so. In dieser... In dieser Seite da. Ja, aber wir können eins geradeaus weitermachen. In diese Richtung. Das bauen wir dann auch so. Ich grabe mich da einfach mal durch. Und dann schauen wir schon, wo wir dann rauskommen. Das ist ja 3x3 hier. Das soll auch so bleiben. Wird dann genauso konstruiert wieder. Oh ja, gut. Ich muss aber ein bisschen... Ein bisschen Licht machen. Jo, ansonsten einfach mal weiter buddeln. Oh, da ist Erde. Auf Ebene 29 noch Erde. Naja, gut. So, wo sind wir? Oh, das ist ja schon ein Stück. Ja. Ja, ein bisschen noch. Ein paar Meter noch. Vier, fünf, sechs. Also, der sechste wollte gar nicht mehr. Aha. Okay. Gut, ich sehe schon. Es ist hier eine natürliche Grenze. Wir machen also hier Schluss. Das soll dann also hier... Hm. Wir müssen doch noch wieder ein bisschen zurück. Ähm, ich glaube... Moment, ich bin am überlegen jetzt hier. Äh. Äh. Äh, wir machen das so. Das hier... Das kann wieder zu. Im Grunde. Ja, wir machen das einfach so wieder zu. So. Und dann ist das hier, ähm, die linke Ecke. Links hinten sozusagen. Ich werde mich also... Habe ich noch eine Spitzsacke? Ja, habe ich. Ich werde mich also jetzt hier mal hochbuddeln. Und zwar genau hier. Da kann ich ja auch die... Die andere Spitzsacke nehmen. Diese hier. Da spricht ja nichts dagegen im Grunde. So, und so. Ich muss mich jetzt eben nur mit Erde wieder hochbauen. Und dann haben wir nämlich schon mal das Erste... Ah, ich muss nur schauen. Ja, genau so. Äh, dass ich mich richtig ausrichte. Äh, und Licht brauche ich auch. So, Moment, langsam. Und schon wieder läuft alles ganz anders, alles geplant. Ja, das muss ich eben noch wegmachen hier. So, in Einzelmanier. Und jetzt weiter. Da muss ich hingucken, ja. So, dann mache ich eben das Erste Mal auf diese Weise. Den ersten Schacht. Es müssen ja neun Schächte gemacht werden, sozusagen. Weil das Ganze ja neun mal neun Chaos wird. Und dann die Wände natürlich noch. Aber das kommt ja danach. So, Licht brauche ich dann auch noch. Wo stehe ich noch? Ja, doch, das sieht danach aus. Wir sind auf 43, ne? Das dauert noch ein bisschen, bis wir oben sind. Äh, ich muss auf diese Taste ja. Nur nicht runterfallen. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich... ...mich da mal ein bisschen schütze. Indem ich mich gut ausrüste. Aha, da ist ja schon... Da ist das Ganze ja schon etwas lückenhaft hier. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay, alles so wie es sein soll. Im Grunde. Konzentriert, um ja nichts falsch zu machen. So, jetzt dürften wir aber so langsamer nach oben kommen. Ich mache mal wieder ein bisschen Licht hier. Steht da jemand? Ah, Pilze. Das sind Pilze. Okay, gut. Das lassen wir jetzt erstmal so. Dieses Loch hier. So, mehr geht nicht. Da ist Erde. Okay, ich mache mit der Schaufel weiter. Okay, und wir sind draußen. Jetzt muss ich nur noch ganz hoch. Okay. Und einmal rüber. So, jetzt aber weg mit dem Ding hier. So, und ab ins nächste Haus. Ne, das ist die Bücherreihe. Da gibt es keine. Äh, da auch nicht. Hier, wir schlafen mal beim Künstler. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich... Ähm, aha, ich muss hier hin. Da ist das Loch hier. Ja, genau, okay. So, das... Puh, ja, ich glaube, das war so, oder? Hm, genau. Ich muss halt jetzt hier... Ähm... Wie habe ich das denn bei dem anderen gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Das will ich ja gleich wieder zumachen. Ähm, ja. Das heißt, die Wälder hier... Das ist eins zu viel hier. Das mache ich jetzt wieder zu. Das muss dann natürlich sowieso irgendwann wieder weg, aber... Äh, was ist hier so? Ich kann ja von hier unten das weitermachen. So, ich muss mal drei in diese Richtung... Oh, hey, nicht so schnell. Ich glaube, das waren drei, oder? Ja. Ja.